So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben Crimson Vow Set Booster mit der Olivia im Hintergrund. Waren das schöne Zeiten. Ich liebe dieses Set bis heute und ich finde es wirklich cool und oh mein Gott, oh mein Gott, da ist ein Minigame. Hinten drin ist ein Minigame. Das gucken wir uns natürlich zuerst an, dass das wichtig ist. Strictly Better. Dazu habe ich ein Video gemacht damals. Das war super anstrengend, diese Karten mittlerweile zu finden, weil die immer seltener wurden. Strictly Better. Minigame. Dann gucken wir uns vorne an. Wir haben hier die Partygesellschaft. Zwei sehr angetrunkene Vampire, die Bock haben. Ein Schwarz-Weiß-Forest. Sehr, sehr schöner Forest. Alchemist Retrieval. Ein Mana. Wir bringen ein Nichtland-Permanentes. Wir kontrollieren sie auf die Hand und für zwei Mal hat er das Ding einen Cleave. Bei Cleave können wir diese Square-Brackets, also diese eckigen Klammern rauslassen. Dann sagt der Non-Lead-Permanentes auch in das Hand. Ja, ein Mana für uns selber, zwei Mana für den Gegner. Cruel Witness. Vier Mana, drei, drei fliegend. Und wenn man, wenn man nicht Kreaturen-Zauber castet, kann man die oberste Karte des Decks angucken und kann sie auf Friedhof legen. What? Warum? Warum macht man solche Effekte, wenn man davor mit einer Fähigkeit genau dasselbe gemacht hat? Es gibt doch eine Fähigkeit, die genau das sagt. Das ist nicht Scry, sondern ein Ding. Synkopate. Ein Blaues und X. Wir counteren Spell. Das ist in der besten Zeit X Mana. Und der Spell, der gecountert wird, wird... Ach so, wenn er gecountert wird, wird der Exil-Stadt in den Friedhof gelegt. Okay. Categraph Survey. Vier Mana-Source. Wir gucken uns sieben Karten an. Nehmen zwei Länder-Karten, davon getappt ins Spiel und den Rest unter das Deck. Für vier Mana kriegen wir zwei Länder und wir gucken uns sieben Karten an. Stark. Stark. Erinnert mich an auch so eine andere grüne Karte. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wenn ihr glaubt. Ihr wisst welche. Ich meine, Ancient Lumbergnaut. Vier Mana 1-4. Jeder Kreatur mit Toughness höher als der Power fügt Schaden in Höhere ihr Toughness zu. Ist ein Tree-Folk. Und da gibt es diesen wunderschönen Commander mit Doran oder Doran den Tree-Folk. Und da passt der halt richtig gut rein. Spiked Ripsaw. What the f... Was ist das? Drei Mana. Plus drei, plus drei. Ausrüstung. Immer wenn die equippte Kreatur angreift, kann man Forest Opfer und kriegt Trampel. Ach, die hatten wir neulich schon mal. Uff. Uff. Bramble Worm. Ein grünes und sechs Mana Reach Trampel. Wenn der Endspielfeld kommt, kriegen wir fünf Leben. Für drei Mana exilen wir den aus dem Friedhof, kriegen wir nochmal fünf Leben. Uff. Der war im Limited. Richtig strong. Ich habe den ein paar Mal im Limited gezockt. Uff. War der gut. Dann haben wir Weaver of Blossoms. 3 Mana 2-3. Wir tappen für ein Mana liebiger Farbe. Und wir haben einen 3-4er, der auch tappen für zwei Mana auf Any Color macht. Das habe ich neulich falsch vorgelesen. Deshalb, ja. Unholy of Fission. Ein Mana 1-2. Wachsamkeit. Und für fünfmal legen wir den Plus-1-1-Mark auf den. Hammergeile Karte. Vampire Cleric. Sehr, sehr gute Karte. Und dieses... Ich liebe diese Fangs. Die sind wirklich schön. Dann haben wir Alchemist's Gambit. Drei Mana Sorcery mit Cleave. Für ne Menge. Wir kriegen einen extra Zug. Und Schaden kann diesen Zug nicht verhindert werden. Wenn wir den nur für drei Mana spielen, verlieren wir das Spiel am Ende des Zuges. Und das Ding wird exiled. Mit Cleave verlieren wir das Spiel nicht. Ja. Kennen wir. Ist nicht so geil. Und wir haben Heron of Hope. Vier Mana 2-3 fliegend. Immer wenn man Leben kriegen würde, kriegt man ein Leben mehr. Und für zwei Mana kriegt der Lifeling bis zum Ende des Zuges. Hm. Nicht schlecht. Nicht schlecht erspächt. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Untertitelung des ZDF, 2020